Aber da wird sich alles noch in meinem nächsten Let's Play so, denke ich mal, mehr oder weniger aufklären. Also Maul, also John, Ada, Maul. Das sind die Benutzernamen und Passwörter, die wir benötigt werden. Oh, verdammt. Da hinten kommen wir, denke ich mal, auch nicht durch, sonst blinkt das da nicht so schön. Hier werden wir auch niemals durchkommen, diesen Let's Play, weil dafür hätten wir alle drei Mo-M0-Disketten bekommen. Auch diese M0-Disketten, die wir dann mit Passwörtern gefüttert hätten, die wir so noch finden würden, gefunden hätten. Ne, ihr wisst schon. Ne, ich weiß es nicht. Egal. So, kümmern wir uns um den. Ne, komm, wir laufen weiter. Ha, 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 ha. Hier sieht es doch super aus. Was haben wir denn hier? Da, 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 da. Wung. Wung. Oh, was haben wir denn da Schönes? Hm, bei unseren unglaublichen Platzvielfalt haben wir Dias. Ich meine, gut, wir müssten eh im Endeffekt nachher kombinieren irgendwann mal. Heißt also, wenn wir noch irgendwas finden und wir bis da nicht zu einer Kiste kommen. Ja. Möchte ich ihn anschalten? Aber natürlich. Oh, jetzt betätigen wir uns als kleiner Hacker. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als tagtäglich zur Arbeit zu kommen und sobald ich den Rechner anmacht, dieses Logo mit der Musik zu hören. Ja, machen wir doch. John, ne? John hatte ich gesagt. Das ist alphabetisch. Das ist wieder merkwürdig. Ah, John Ador. Ja, tipp da nicht rum, sondern tipp in dich selbst. Tipp da an der Seite rum. Ach, du meine Güte. Ist da eine Trantüte auf dem Rechner? Ach, ja. Ähm, ja, machen wir erstmal B2. Und, und? Na, na los. Ah, okay. Dann kommt das hier wahrscheinlich das nächste Passwort. Mole. Und? L. E. Natürlich, selbst auf einer amerikanischen Tasse, du hast das erst auf der rechten Seite. Ja, Strike, Mann. Da beglückwütschen wir uns doch selbst, weil ja sonst keiner in diesem Raum ist. So, und jetzt noch B3. Ja, komm. Brauchen wir dafür auch irgendein Kennwort? Ich meine nicht, oder? Nee, jawoll. Also da sitzt der eine Raum da unten im Flur, der gerade noch elektronisch verschlossen war. Und der da oben verschlossen war. Direkt die Treppe hoch. Ich würde sagen, wir haben... Ja, wir sind fertig hier. Natürlich, ich meine, wir haben nichts Besseres zu tun, als erstmal den Rechner runterzufahren, wenn wir hier so rumsitzen. Hahaha. Hahaha. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts Besonderes. Passt ja wie die Forst aufs Auge. Ne, gut, jetzt machen wir es nämlich wieder. Wir gehen zuerst oben lang. Weil wir da oben auch die Kiste haben, da können wir gleich noch ein paar Kräuter absägen. Absägen? Ablegen, meine ich natürlich. Na, na, na. Hallo, Kleiner. Ich weiß, theoretisch könnten wir sie alle töten, aber... Warum sollten wir jetzt unnötig Munition hier verschwenden? Ja, Lauf gegen das Geländer. Das ist perfekt, perfekt. Ja, wir sind drin. Wir sind in. Wir sind die Besten. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Projektor. Und was haben wir hier? Dias, ja. Umbrella inklusive. Bio-Waffen-PR-Material. Savoros, also Höllenhund, das ist der Name des Höllenhundes in der griechischen Mythologie. Ich hoffe mal zu müssen, ich erzähle jetzt gar kein Quatsch. Ich kann den Rest da, kann ich leider nicht lesen. Immer mit haariger Candy-Hund geliebt, gestreichelt zu werden und seine Haut in Fetzen abzureißen. Kann manchmal zu Wut an... Also neigt manchmal zu bissigen Wutanfällen und tötet dann einen. Wie gewisse Bergsteiger in den Arklibären. Ne, gut, das ist also dann unser geliebter Hund. Der Savoros MA-339 als Abkürzung für was auch immer. Der FI-3-Neptun. Ja, der uns keinmal wirklich gefährlich wurde. Dass der Heide unten im Aquarium bei den Wertern war. Was der natürlich da... Also beim Wertern sah ich schon, dass er in Schlafräumen war. Der MA-121-Hunter. Boah, das ekelhafteste Vieh, was jede Resident Evil Serie vorgebracht hat. Ich finde die schlimmer, als die Viecher, die uns in Teil 2 beim Weg laufen werden. Ich meine, die sind auch nicht wirklich angenehm, aber ich finde sie bei weit nicht so schlimm wie die. Hunter sind einfach fiese, fiese, fiese Gegner. Besonders wenn sie auch noch giftig werden können, wie bei Resident Evil Code Veronica zum Beispiel. Der Tyrant. Ja, viele Daten, kein wirkliches Bild. Der T-002. Wer ist denn dann der T-001? Eine wirklich gute Frage. Ist das ein Terminator? Leeres Tier. Institut für Biowaffen, Abteilung, Forschung und Entwicklung. Und schaut mal da, wen wir da ganz rechts haben. Ja, das war Chris Redfield. Das war Albert Resco. Da ist ein Schallschrank. Möchten Sie ihn öffnen? Natürlich nicht. Noch viel weniger. Na, was haben wir denn da Schönes? Auf jeden Fall so viel Schönes, dass wir noch genug Platz mit uns hier haben. Oh, möchten Sie diesen lieben Laborschlüssel? Ich denke mal schon, dass wir das möchten. Und das nicht zu knapp. Schauen wir mal kurz hier im Schränkchen rein. Und Sicherheitssystem. Hubschrauber-Landeplatz. Das Betreten des Hubschrauber-Landeplatzes ist nur leitenden, angestellten und Regierungsbeamten erlaubt. Diese Einschränkung könnte im Fall einer Störung nicht zutreffen. Aha, warte mal. Diese Einschränkung könnte im Fall einer Störung nicht zutreffen. Hahaha, okay, okay, okay. Passage zum Hubschrauber. Betreten verboten für jedermann. Ausgenommen, man wird von einem leitenden Wissenschaftler oder einem Sicherheitsdirektor erwartet. Alle anderen Personen werden bei Sicht erschossen. Ja, gut, also da war der Helikopter-Landeplatz da wirklich sehr, sehr stark gesichert. Das erklärt zumindest, warum der Mann da wirklich nur ein Notfall durchkommt. Auch wenn ich nicht verstehe, warum das hier immer noch kein Notfall ist, aber nur gut. Ähm, Sicht erschossen. Achso, dann Aufzug. Der Aufzug hält bei Notfällen an. Ja, ist doch schön. Unter Geschossebene 2. Videodatenraum. Der Videodatenraum unterliegt der Kontrolle der Abteilung für spezielle Forschung. Keith Arving, dem Abteilungsleiter, wurde Vollmacht hinsichtlich der Raumbenutzung erteilt. Ja, das ist aber nett. Untergeschossebene 3. Gefängnis. Die medizinische Abteilung kontrolliert die Benutzung des Gefängnisses. Wenn Viren eingesetzt werden, muss einer Leitendenwissenschaftler, entweder E.Smith, S.Ross oder A.Reska, Ja, wie auf dem Bild zu erkennen, Albert Reska, unser Teamleiter, anwesend sein. Dreifach gesicherte Tür. Niemand darf hier passieren, es sei denn, er kann alle Passcode-Dokumente vorweisen. Passcode-Dokumente müssen durch den Chefwissenschaftler jedes Blocks an dem dazu eingerichteten Ausgabegerät erstellt werden. Energieraum. Betreten nötig Überwachungspersonal der Zentrale. Diese Einschränkung könnte nicht zutreffen, wenn der leitende Wissenschaftler eine besondere Anweisung erhalten hat. Passcode-Ausgabe. Es ist niemand erlaubt, das Passcode-Ausgabe zu bedienen, außer dem wissenschaftlichen Direktor. Das ist aber schön, ne? Aber wie gesagt, für uns wird es nicht wirklich wichtig sein mit den Passcodes. Untergeschossebene 4. Streng geheim. Was die Verbreitung von Tyrant nach dem Einsatz des Tegers, der Rest des Schriftzugs ist, unleserlich. Na denn, ne? Jo, das ist auf jeden Fall ne, schön oder noch nicht schön. Kann man jetzt nämlich sehen, wie man will. Aha. Jo, wir werden jetzt erstmal aber ein paar Sachen ablehnen, wie diverse Heilkräuter, die wir jetzt nicht zwingend brauchen. Ja, 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 ja. Und dann müssen wir uns auch mal auf den Weg machen, ein paar Türen zu öffnen. Jo, komm. Geh auf, danke, danke, danke. So, ab nach oben. Ja, nach oben ist das schon fast schlimmer, als wenn wir das einfach nach unten legen. So, der Bauschlüssel nehmen wir auf jeden Fall mit. Einmal kurz untersuchen, der Mist. Dann zeig dich mal. Hier ist ein seltsames Zeichen. P-Raum-Schlüssel. Aha, aha, wo hast du denn ein P gelesen? Ich sehe da innen. Und dann ist da so ein Elektro-Symbol drauf. Eventuell wird das Zeichen der Nord. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Eventuell wird das Zeichen der Nord. Mein Kane ist von allen schuld. Kane ist der Machthaber von Umbrella. Kane wird die Welt des Unglückstürzen. Nur macht er dies auch mit einem Virus anstatt mit Tiberium. Wobei er ja nicht für der Tiberium verantwortlich ist. Sondern es ja eher als Religionskult aufbauscht. Und warum heißt Tiberium Tiberium? Weil es das erste Mal im Fluss Tiber aufgetaucht ist. In Italien. Ja. Nein, da hinten waren wir noch gar nicht, ne? Dann gehen wir erstmal da rein. Ich bin mir sicher, wir müssen eigentlich gar nicht da rein. Aber wir werden uns mal die Mühe machen, hier hinten reinzugehen. Nyaah. Das war's für heute.